oida was geht ab leute team bobbelt hier mit einem kleinen update und info video zu unserer liga tbt league online ding da zwar wird jetzt von jugio kartmarkt gesponsert die stein paar coupons immer zur verfügung für jedes turnier ich habe das jetzt mal so eingeteilt das erste zehn euro coupon bekommt und der zweite fünf und dann wird noch mal was in den jackpot sozusagen gelegt also was zur seite gelegt für die besten am ende der saison wobei ich noch nicht genau weiß wie lange wir eine saison machen deshalb soll ja eine liga sein deswegen gibt es am ende noch mal kleinen bonus also wird es mich auf jeden fall freuen wenn ihr vorbeischaut und damit spielt die finden jetzt jeden freitag um 21 uhr statt haben wir eine stunde verschoben damit es für die meisten spieler besser passt und würde mich freuen wenn ihr da mitmacht und das irgendwie verbreitet und momentan ist es noch für 16 spiel ausgelegt und wenn wir es schaffen das auf 32 zu erhöhen dann kriegen wir noch mal ein push von market und kriegen mehr das wäre auf jeden fall ein top ziel von mir und ich hoffe wir könnten das irgendwie schaffen erreichen ansonsten haben wir auch noch ein anderes normales turnier am sonntag sponsor von zombie zocker er und seinen tcg ausstellen zwei matten zur verfügung die sehen echt cool aus da könnt ihr auch noch mitmachen link wird auch unten in der beschreibung sein könnt ihr alles abchecken und dann falls ihr zeit und bock habt einfach mitspielen wird diesen sonntag sein fängt um 12 an so wie immer unsere sonntagsturniere ansonsten war es das auch schon wieder ich hoffe ihr schaut mal da vorbei und unterstützt uns ansonsten wir mal liken subscribe kommentieren checkt unsere anderen videos ab checkt unsere sponsoren ab und ciao